Yo! Was geht? Willkommen heute mal wieder zurück zu einer weiteren Folge von SuperSmash! 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 Freunde, wir sind heute zu zweit mit noch einer weiteren Person. Keine Ahnung wer das ist, da ist irgendwie Arschschweizer oder sowas. Oder Arschweizer? Der heißt Arschweizer. Arschweizer. So, Arschweizer. Kann auch sein, dass der Dings, dass der meint so Arschweizer, weißt du? Das, der hängt an der Ecke. Arschweizer. Jo! Arschweizer. So, Freunde, ihr habt es euch gewünscht. Wir sind heute wieder back hier. Ich habe übelst Bock darauf. Es gibt neue Maps, es gibt neue Sachen, es gibt viele coole neue Sachen. Wir sind hier mit dem Arschweizer. Und ich hole den. Ich hole den. Ich hole den. Lass... Oh, 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 oh. Da ist jemand aber richtig hier, hä? Da hat sich jemand richtig angesehen. Oh nein. Die... Alter, hast du mich weggeschossen? Kann sein. Wenn du weg bist, dann bist du jetzt tot wie rot. Oh mein Gott. Ich bin richtig tot wie rot. Du hast dich selber getötet, hä? Einfach so Hühnchen-Geräusche, gell? Okay, cool bleiben. Du musst cool bleiben. Immer cool bleiben. Gockelhahn ist das. Gockelhahn. Cool bleiben. Immer Dings. Immer aufpassen, dass keiner Dings... Bist du ready? Ready. Bin auf jeden Fall ready. Oh mein Gott. Das ist so aufregend. Unfair. Das ist unfair. Unfair. Leute, ihr habt es gesehen. Das ist unfair. 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 Jaaaa. Lala. Oh nein, bitte. Lass mich in Ruhe. Ich werde dich kriegen und danach werd ich dich besiegen. Haha. Willst du mich hier austrägst, oder? Hahaha. Frag mich doch. Frag mich doch. Wir spielen hier so Dings, gell? Fangspiel. Okay, gut, dann gehe ich runter einfach. Oh, schein, dass du nicht hochgekommen bist. Die hat nämlich eine gute Wumme auf dich gewartet. Eine gute Wumme. Tja, aber ich werde noch eine bessere Wumme haben. Und die werde ich jetzt auf dich richten. Oh! Wo bist du? Oh mein Gott, da hat irgendjemand so ein Laserstrahl-Ding. Nein! Der Typ steht einfach nur oben rum, der macht gar nichts. Der macht überhaupt nichts. Wir beide kämpfen einfach. Aber der Gelbe spielt schon, aber der ist manchmal auf Gas. Warte, ich muss mich, glaube ich, ein Stückchen lauter machen, damit das hier alles passt. So. Hör auf zu ballern! Guck mal, der hängt an so Dingern fest. Ja, ja, ja. Hä, was ist das? Golden Weapon. Junge! Hast du's jetzt mal, hast du's jetzt mal, hast du's jetzt mal. Hast du's jetzt mal, hast du's jetzt mal. Ja, easy going. Ich habe es sogar so gemacht, dass mein Hintergrund rot ist passend, nämlich zu meiner Characterfigur. Komm her, mach den kaputt! Waffe, Waffe, Flammenwerfer, Flammenwerfer, Flammenwerfer. Flammenwerfer, Flammenwerfer, Flammenwerfer! Oh, easy going. Oh nein! Hedgehog. Einfach ein Igel. Hedgehog. Oh. So, Waffe, so! Das ist so kompliziert, damit umzugehen, Alter. Oder du bist einfach nur zu Noobie. Nein. Was ist das denn? Hä? Ich habe so einen Dings, ich habe eine Düse. Mit der ich fliegen kann. Okay. Ein Hedgehog. Hedgehog. Was ist das für eine Kacke hier? Junge! Hä? Also, das, Leute, darüber sprechen wir jetzt einfach nicht mehr, okay? Es tut mir leid. Wir sprechen einfach nicht mehr drüber, was? Guck dir das an. Ja, ich guck. Ha! Mit dem Schwert einfach. Ihr könnt ja mitzählen, Leute, wer jetzt die meisten Grills gemacht hat. Ich glaube, du, ja? Ich weiß es gerade nicht. Doch, doch, ich glaube du. Oh, oh, oh. Nein! Wo bist du? Mehr. Oh, Junge! Junge! Ah, keine Chance. Was hast du davon? Keine Chance. Egal. Kein Problem. Was soll man denn da machen? Wie ein weiser Mann mal gesagt hat. Ich glaube, das ist das übelst lautes Game, oder? Kann das sein? Kann man hier Options... Kann man hier ein bisschen leiser machen, vielleicht? Ja, ich habe ihn runtergestoßen. Ah, doch da. Du hast es über overpowered. Mach mal ein kleines bisschen leiser, so. Ich habe noch keine Waffe. Hier ist das. Oder hat jemand was... Hä, was ist das? Eine AK. Los, ich halte ihn, ich halte ihn, ich halte ihn. Ich halte ihn, ich halte ihn. Guck mal, wie der abgeht, Alter. Nein! Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche eine andere Waffe. Ja! Frissbleib! Ich brauche eine andere Waffe. Frissbleib! Oh mein Gott. Kann doch nicht sein! Und wie das sein kann. Wow! Wo bist du? Kacke, ich stecke fest! Klar steckst du fest. Und jetzt Sniper gegen Sniper. Ja! Episches Battle, Mann. Episches Battle. Richtig gut. Das war gerade echt krass. Richtig gut. Da! Ey, der Gelbe ist gar nicht mehr da, ne? Ist der Schweizer es gegangen? Oh, ja! Ja! Nein! Sikorski, wo bist du? Nein, der ist doch da, der Gelbe. Ist der noch da? Wo ist der? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich auch nicht. Wo ist der sein? Ja, weil sonst hält die Runde zu Ende. Vielleicht ist der runtergegangen irgendwo, vielleicht hier unten. Hä? Der Gelbe? Wo ist der? Vielleicht hat er das Spiel beendet und dadurch sind wir jetzt nur noch zu dritt und man kann das Spiel dann nicht mehr beenden, wenn einer offline gegangen ist. Weißt du, ich meine? Soll ich mich einfach killen? Ja, bring dich mal selber um. Ich kill mich jetzt einfach mal. Yellow win, okay. Doch, der ist irgendwo. Hey, wo war der? Ja, aber der ist gar nicht mehr da. Ich glaube, der hat sich irgendwo drangehängt vielleicht, oder? Nee, Mann, ich konnte ihm auch nicht mehr zusehen. Der ist gar nicht mehr da. Der ist gelieft, aber das Spiel denkt immer noch, der ist da, aber man kann ihn nicht töten, weil er nicht da ist. Komm schon, Faust gegen Faust. Okay. Eins gegen eins. Faustkampf. Komm schon. Oh, oh, hast du es gehört? Oh, Kacke, was ist das? Junge, das ist einfach so Luft, gell? So, jetzt zeig ich dir mal, wie das hier funktioniert. Bist du tot? Ich bin tot. Okay, dann bring ich mich. Ah, nee, bist du nicht? Ah, du kleiner Lügner, du. Ich bin tot. Jetzt. Hä? Du hast mich tot gepustet. Nein, ich habe Feuer rüber geschmissen. Doch, ich gucke dir jetzt zu. Ich gucke dir jetzt gerade zu. Yellow Wins. Ja, ja, ich bin Dings. So. Feuer. Das ist so. Komm schon. Guck, da ist der Arschweizer. Wo bist du? Oh, Junge, ich höre dich nur so. Flup, 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 flup. Es gibt gerade keine Waffen, ne? Doch. Richtig suche. Oh mein Gott, ich habe sogar die perfekte Waffe. Ich habe die perfekte Waffe. Das ist der perfekte Tag. Ja. Nein. Schwert. Oh mein Gott. Komm schon. Was ist das da? Hä? Lengardio Limpiosa. Lengardio Limpiosa. Was soll man denn da machen? Was machen denn man soll? Was machen denn man soll? Okay, komm her. Ektis, wo bist du? Ach, ich chill hier unten so ein bisschen rum. Und du? Na? Ich? Jetzt gerade ganz chillige Mini-Gun. Ich habe hier eine neue Waffe. Hä? Ja, genau! Ja, genau, Alter. Ich habe das gerade gesehen. Ich bin von dem Tod der Waffe. Hä? Das war ja sowas von unreal, Alter. Ich spür's dir, du bist einfach so, oh mein Gott. Weißt du, wie das ausgesehen hat? Als wärst du so ein Torpedo. Nein! Als wärst du so ein Torpedo, der von unten hoch fliegt. Aber das sah schon skillhaft gerade. Das sah richtig gut aus. Ich habe mich mit der Waffe einfach hoch teleportiert. Oh, da ist das. Junge, willst du mich, deinen bestesten Freund, hier durch die Gegend schießen? Ja! Bitte! Wo bist du? Ich hänge hier ein bisschen rum. Komm her. Das Spiel ist so geil, gell? Warum spielen wir das eigentlich nicht öfters? Scheiße. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich will mich danach auch noch mal eine Runde aufnehmen. Hier. Zack. Was ist das hier? Hä? Boah, Junge! Boah! Alter, die ist ultra stark. Die Pumpgun? Ja, mega. Was geht? Bisschen chillaxen. Ja, guck mal, warte, warte, warte. Warte, guck, wie ich, wie ich, oh nein, guck, 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 wie ich liege. Guck mal, mein Bein, ah! Mann, ich liege wie am Strand. Guck mal, guck mal so. Du musst dir doch vorstellen, dass ich zu einem Strand liege. Aber weißt du, was schöner ist als ein Strand? Eine Gettle... Oh mein Gott. Eine Basuka! Nein! Nein! Wo bist du, Mann? Jetzt, 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 jetzt. Guck mal, ich hänge, guck mal, wie ich hänge. Warte, ich kann mich da dran festhalten. Ah! Hey, ich hab ne Pumpgun. Junge! Oh, ich hänge... Ich bin runtergefallen. Echt? Ja, ich bin runtergefallen, weil ich dumm bin. Stupido. Chill, 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 chill. Immer cool bleiben, Roman. Immer cool bleiben. Cool bleiben, hab ich gesehen. Junge, du hast schon wieder Luft gehabt. Digga, Luft ist das Beste. Du kannst in Luft eigentlich kaum sterben. Außer halt vom Leben her. Fällt dir auch mal was runter? Ja, komm her. Ja, Junge! Oh. Hey, Roman. Junge, diese Kackluft. Das ist so unfair mittlerweile, gell? Ja, aber die Luft ist übergeil. Oh, ich wollte da drauf springen. Ich dumm. Ich dummer Depp, du dummer Lars. Dumm. Subat, sie doof. Da. Naja, das ist Müll. Das brauche ich nicht. Ah, toll. Na super. Na super. Das war mein Elektro- Höh, guck mal, ich fliege. Hast du gesehen? Ne, wo bist du? Hallo, ich kann die ITIPS zu mir ziehen. Ja, ach ne. Komm, wenn du ITIPS hast, wirst du hierher kommen. Hab schon was. Wie soll man denn da auch ne Schanze kriegen? Schanze? Was ist denn das für ne Schanze? Whee! 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 Was ist das hier? Irgendein Ring. Oh Gott! Schwerb, Mann. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal! Hä? Was? Alter, du hast mich einfach getroffen. Echt jetzt? Du hast mich einfach abgeschossen. Echt? Oh lol. Ja, Mann. Ah, super. Komm, versuch mich doch zu kriegen. Komm schon. Tanz für mich. Nein, das dachte ich halt legit nicht. Platzierst du die, Mann? Vielleicht. Kletter doch da hoch, du Affe. Oh mein Gott, einfach von der Distance. Einfach abgeschüdet. Abgeschüdet. Das ist ein Boxhandschuh, den hatten wir noch gar nicht. Boxhandschuh kenne ich auch nicht. Mach der Boxhandschuh. Keine Ahnung. Soll ich dir mal eine reinpanschen? Ja, punch mir mal eine rein. Ich glaube, ich bin jetzt schon fünfmal runtergefallen oder so. Das ist richtiger Dings. Gimp. Hä? Jetzt ist wieder irgendjemand gejoint. Komm, lass ihn mal verprügeln. Was joinst du in unserem Spiel? Guck mal, lass mal Tennis spielen mit dem. Wo ist er hin? Da, da. Da, ne, doch nicht. Das sind irgendwelche Dings. Mann, ich krieg keine Waffen. Ja! Was willst du machen mit deiner Waffe gegen mein Schwert, hä? Wo bist du hin? Er war weg. Junge, der kriegt auch noch eine Panzerfaust. Ich pack's nicht. Ich pack's nicht. Und ich krieg so ein Kackschwert. Das ist mal den Game verprügelt, oder? Jedenfall. Wo ist er? Oh, Junge. Junge, da ist er, da ist er. Er lebt, er lebt, er lebt. So. Lass die Runde hier noch machen. Lass die Runde hier noch machen. Leute. Hä? Was ist mit dir passiert? Du bist eingefroren. Ja, ja, okay, gut. Leute, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall heute für hier fertig. Bier machen und ja, wir hauen uns ab. Bei mir geht's weiter. Wir sehen uns morgen wieder oder rein, Leute? Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.